So, und jetzt, ähm, wie geht's mit der Memory-Dist? Nochmal. Da. Crystal Memory-Roll. Obsidian Dust. Gut. Obsidian Dust hab ich entweder hier drinnen. Nein, oder ich hab's noch gar nicht gemacht. Und ich hab Obsidian hier, nein, hier drinnen. Nein, ich muss schon wieder Obsidian Farm gehen. Wieso nur? Wieso Obsidian? Obsidian Farm ist scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier ist auch nichts mehr drinnen? Nein. Natürlich nicht. Warum sollte da auch Obsidian drinnen sein? Sentry Mode Activated. Ach so. Okay. Und dann einmal komplett nach unten Obsidian Farm gehen. Weil es ja so viel Spaß macht. Es ist so ungefährlich ja hier auch noch. So. Stell ich hier hin. Bau das Ding ab. Und hoffe, dass dieses Ding gegenkommt. Tut es aber nicht. Weil ich hier zu hoch bin. Und deshalb... Einmal... ...deck damit... ...die Fackeln hin... ...und... ...baue ab. Wow. Jetzt bilden sich Schlüsse. ...und ich bin zu voll. Was soll ich wegwerfen? Was soll ich wegwerfen? Ich weiß es nicht. Iron Shuffle. Dazu brauchen wir eine Iron Shuffle. Ich habe eine viel bessere Schlüsse. Ich habe eine viel bessere Schlüsse. Und wozu ich mal... ...und... ...und... ...nach mal... ...bau ab... ...schön... ...bau ab... ...bau ab... ...so richtig schnell... ...und... ...bau ab... ...bau ab... ...schneller... ...bau ab... ...bau ab... ...da war die Fackel... ...und wieviel Minuten haben wir noch Zeit? Ich sollte mal so bei 35 oder so nochmal den Tunnel graben, wo die Eisenwahrscheinlichkeit ja am höchsten ist, denn Eisen brauche ich oder brauche ich es? Ich weiß es noch nicht mal. Oder über 35, denn ich brauche ja jede Menge Kupfer und Zinn. Also, ist es eine gute Frage, was ich jetzt als nächstes mache? Ich weiß es nicht. Und hier ist Kupfer und da ist auch Kupfer. Ich bin zu faul, es abzubauen. So, ihr seid weg, das ist schön. Hier habt ihr mir wieder was beschert. So. Achso. Hallo. Wieso geht das Ding jetzt nicht mehr an? Nein! Das ist doch jetzt nicht ernst. Bäh! Scheiße! Was habe ich denn da noch bekommen? Zentrifuge. Und das war's. Na? Nein. Ich glaube, es hieß Ter. Nein. Nein, nein, nein. Wie hieß das nochmal? Ich weiß. Ah, verdammt. Ich kann auch heute nicht schreiben. Obwohl wir ja Schuhe haben. So, genau. Da. Ja, natürlich. Ich habe gerade meinen Mining Laser kaputt gemacht. Boah. Scheiße. Zuerst mal Obsidian in den Macarator stopfen, der schon wieder viel zu voll ist, weil er einfach nur zugespampt wird von Scheißsachen. Ich glaube, ich nehme jetzt mal die Upgrade Kids raus und werfe die hier rein. So. Ja, und wie viel kommt raus? Eins. Geil. Ich bin gar nicht frustriert. Überhaupt nicht. Ich habe voll Bock zu spielen. So. Jetzt muss ich mir nämlich ein Stück Iridium cheaten, weil ich das überhaupt nicht finden werde. Das ist der Unterschied. Ich nehme mal das. Stück. Scan. Das kommt weg. Äh, Options. Dann. Seek Mode. Check. So. Und jetzt brauche ich eine Memory Disk. Da ist ein Silicon Dust. Jetzt. Ach ja, ich brauche ja auch dieses Nickelide. Dafür. Hier. Das ist ein Crystal Memory. Da ist das Zeug. Und zwei. Oh. Hallo. Die man nicht stacken kann. Wie schön. Da ist das Zeug. Da ist das Zeug. Und jetzt beginne ich zu scannen. Okay. Okay. Der verbraucht auch schon ganz schön viel EU. Ich weiß noch nicht mal, wie viel er hat. Ich weiß auch nicht, wie viel das Ding hat. Aber es könnte vielleicht ein Transformer Upgrade bekommen. Das Ding braucht auf jeden Fall ordentlich. Das saugt. Und saugt. Und saugt. Und saugt. Das ist doch mehr als 32. Na ja. Zumindest ist es vom guten Nutzen. Und dann können wir das nämlich in ein anderes Gerät stecken. Das nutzen. Oder wo ich jetzt nicht weiß, wo es her ist. So. Der kann mal weiterarbeiten. Kupfer habe ich jetzt wieder ein bisschen was. So. 24 Stück. Die können auch mal da oben rein. Wozu brauche ich so viel Sulfur? Ich könnte allerdings mal ein Energy. Nein. Energy Crystal. Muss ich das machen. Eigentlich müsste ich mal ein Transformer Upgrade machen. Aber es ist doch immer viel zu viel hier drin. Komm. Da. Mal ein bisschen Gas. Ich brauche Platz. Ohne Ende. Zack. Zack. Sulfur. Das zum Sulfur. Könnten wir eigentlich auch nochmal Panetta Box zusammenbauen. Obwohl ich nehme das Sulfur mit und lege das nach unten. Das ist wohl... Ich glaube für mich im Moment sinnvoller mit Glowstone. Ich hole... Ja, da oben habe ich noch ein bisschen Glowstone. Hol ich das nur hoch. Wenn ich das brauche. Hm. 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 Und schon wieder voll. Ich bin schon wieder komplett voll. Boah, das geht mir auf den Geist. Was wollte ich eigentlich rum? Ach so, ja. Ich wollte ja mal gucken, ob... Nein. Okay. Das geht nicht. Geil. Hoe geht es? Wie hat sich denn? Wie geht es? Wie geht es? Wie geht es? Untertitelung des ZDF, 2020